Stell dir mal vor, ich hätte später erst angenommen. Da wäre schon alles vorbei gewesen. Aber es geht nix über ein gutes Timing. Ich verstehe noch nichts. Was ist denn los jetzt? Ah. Ein Weichen verbleiben. Okay, machen wir das. Machen wir das doch mal. Gucken wir uns mal die Landschaft an. Alex Strasser, sieht euch. So, wieso können wir da nicht hochfliegen? Hm. Hm. Wo habe ich denn den Anschluss verpasst gehabt? Ja. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist die Füße in der Luft. Klare Himmel und starke Wände. Das ist die Füße in der Luft. Das ist die Füße in der Luft. Passiv. Passiv. Okay. Das ist die Füße in der Luft. Passiv ist die Füße in der Luft. Das ist die Füße in der Luft. Das ist die Füße. Das ist die Füße in der Luft. 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 hallo nein nein die kommen hier wieder raus wo ist was ist denn hier was ich meine richtung ich sehe gar nichts 560 meter hoch und wie kannst du als gleiche kannst du wenigstens fliegen da sind wir eingefallen aufgaben gartenfest ich sehe ja nichts das ist ja doof ich sehe gar nicht wo es hingeht wo wir hinfliegen und karten fest ich habe ihre rückkehr erwartet das wasser ich schütze das da oben fisch in der luft und da ist kein fisch kaktus von mir das denn neuschrecken Mein Gott sei Dank, bloß 5. Lieb reizende Blümchen. Tja. Blümchens. Die Blume erschossen. Ich bin so stark. Ich habe eine Blume erschossen. Wahnsinn. Ich bin's. Vielen Dank.